Hallo, mein Name ist Nadine Kahnbaum. Ich bin als Manager Corporate Communications ganz frisch an Bord von DealAviation. Insgesamt bin ich jetzt aber schon seit 2013 bei Deal. Ich bin klassisch eingestiegen als Praktikantin, habe dann weitergemacht als Werkstudentin und war zuletzt seit 2018 in der Hauptverwaltung in Nürnberg im Bereich HR unterwegs. Ja, das Onboarding ist für mich tatsächlich auch eine ganz schöne Feuertaufe. Also wir sind hier gerade auf der Aircraft Interiors Messe in Hamburg, kurz AIX. Die AIX ist tatsächlich für uns eine der wichtigsten Messen überhaupt. Es ist eine internationale Messe für den ganzen Bereich Flugzeuginnenausstattung und spielt für uns natürlich eine zentrale Rolle, um hier einerseits unsere Produkte, die bereits am Markt sind, zu zeigen. Aber natürlich auch Innovationen, Technologien, die für die Zukunft anstehen. Meine Aufgabe ist es, gemeinsam mit meinem Team die Messeberichterstattung durchzuführen und natürlich das ganze Event kommunikativ zu begleiten auf Social Media. Zu den Produkthighlights bei uns hier am Messestand zählen unter anderem die Greywater Reuse Unit, unsere Touchless Lavatory, aber auch der Oxygen Generator. Und natürlich nicht zu vergessen die Smart Lock Door, welche auch für den Crystal Cabin Award nominiert ist. In Vorbereitung auf die heutige Messe hatten wir über die vergangenen Wochen natürlich schon einige Abstimmungstermine, allerdings bisher ausschließlich remote. Insofern freue ich mich heute vor Ort hier auch endlich meine Kollegen persönlich kennenzulernen und darüber hinaus natürlich noch zahlreich andere Kollegen aus unterschiedlichen Bereichen, wie zum Beispiel Marketing, Innovations, Business Development und Co., die natürlich auch zukünftig für mich wichtige Schnittstellen sein werden. Und auf diese Face-to-Face-Kommunikation freue ich mich heute noch ganz besonders. So, die Messe habe ich erfolgreich hinter mich gebracht. Die AIX war ein voller Erfolg. Die Feuertaufe ist somit für mich auch beendet. Heute geht es für mich nach Frankfurt zum gemeinsamen Team-Meeting vor Ort. Ich freue mich die Kollegen mal wieder zu sehen. Ich stehe hier gerade in Nürnberger Hauptbahnhof am Gleis, warte auf meinen Zug und da möchte ich euch jetzt auch direkt hin mitnehmen. Dann bin ich auch schon in Frankfurt angekommen. Ich stehe gerade vor dem Gebäude, gehe auch direkt rein zu den Kollegen. Also lasst uns mal reinschauen. So, ein ereignisreicher Tag in Frankfurt geht zu Ende. Heute hatten wir ja unseren gemeinsamen Team-Workshop hier vor Ort, waren fleißig am Brainstormen. Es ist ja so, dass wir nicht nur die externe Kommunikation als Team begleiten, sondern auch die ganzen internen und strategischen Themen. Das haben wir heute hinter uns gebracht. Hat viel Spaß gemacht. Und das ist auch mehr oder weniger mein Resümee. Nach den paar Monaten jetzt an Bord hier bei Deal Aviation. Die Zusammenarbeit aus der Entfernung gemeinsam mit meinem Team funktioniert wirklich super gut. Es macht mega viel Spaß. Wir sehen uns täglich, zumindest dann über Kamera. Nichtsdestotrotz ist es aber auch ein essentieller Part, sich hin und wieder dann doch auch mal in Präsenz zu treffen und sich zu den wichtigen Themen auszutauschen, was ich nicht missen möchte. Und ja, ansonsten freue ich mich jetzt weiter, mich meinen Themen zu widmen. Unter anderem natürlich auch das Vlog-Format hier weiter voranzutreiben, bei dem ich diesmal ja sogar selber als Protagonistin teilnehmen darf.